ja hallo und willkommen zu slender space ich habe mir gedacht ich spiele mal dieses tolles spiel ich habe das von einigen youtuber mal gesehen und dadurch auch mal ein bisschen bock zu spielen also ich habe noch nicht alles gesehen ich habe nur den ersten raum eigentlich gesehen und dann dachte ich mir direkt ja darum habe ich jetzt mal bock und dann wollen wir das doch einfach mal spielen würde ich sagen was haben wir denn da das sieht nicht gut aus stemmen wir gleich da haben wir noch mal glück also wie immer mit f haben wir das licht das kenne ich ja noch aus das ist gar nicht so und natürlich was ist mit dir los tür natürlich spiele ich das spiel jetzt auch ganz im dunkeln was sind wir mit den türen eigentlich los hallo hallo okay wir müssen sechs power notes finden oh was ist das denn ein körper ich glaube ich habe da gerade irgendwas gehört oh nein ich glaube ich bräuchte dass ich das spiel jetzt angefangen habe kann können wir auch sprinten nein ich möchte nur die power notes haben mehr nicht hallo okay irgendwie ist ja nichts dann gehe ich mir einfach mal weiter Tür was ist mit den türen los was ist mit den türen los was zum himmel oh das habe ich jetzt nicht kommen sehen okay Männer Männer ich glaube ich muss jetzt erstmal aufs Klo oh meine Hose ach so fertig okay was ist das denn für ein spiegel ist ja ganz schön braun oh man 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 hier gleich am anfang schon der der jumpscare okay ich glaube hier sind wir eigentlich nicht rein aber wir müssen natürlich mal gucken oh wegen den power notes ich habe mal diese schritte ich weiß nicht ob ihr die auch hört ich hoffe es mal ich hoffe ihr hört dieses video gerade mit einem headset dann ist es glaube ich ein bisschen fair weil ich muss das also ich höre das auch ganz das ganze hier mit einem headset oh was ist das okay wir haben hier ein paar Kerzen Candlelight Dinner hallo ah da haben wir schon das erste gefunden cool cool jö 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 das erste gefunden jihau easy das schaffen wir wir haben schon eins besser kann es gar nicht mehr werden oder doch hallo ist da jemand hallo ich glaube ich gehe erstmal hier lang schon wieder oh was 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 okay ich gehe wieder zurück ich gehe wieder zurück was war dort okay anscheinend war dort der Slenderman also keine ahnung wie der hier aussieht Registration Medical Registration Medical okay wir gehen mal in die Registration rein hallo oh cool mhm dead massage kitty gal coole Bilder aber irgendwie passen die hier nicht rein oh was haben wir denn hier können wir hier runter fallen nein war hier schon mal Blut dran ich höre irgendwie komische Geräusche ich weiß nicht wie es euch geht hallo hallo miau 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 mhm oh was ist das hallo hallo okay okay es ist nur Blut alles klar ich dachte schon okay rechts links ha 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 okay hier einfach wow was haben wir denn hier was steht da was steht da peff pewe die pie oh ich glaube das soll pewdiepie heißen ups cool cool haben die den hier auch mit ins Spiel eingebunden das finde ich ja mal echt cool kleines easter Eckchen ja hier ist aber mal eine richtige party gewesen wie es aussieht ja aber irgendwie brauchen wir doch mal hier so ein Power no Dingens ne oh aber das war jetzt echt schwer versteckt also gut dass ich da jetzt noch mal dahinter geguckt habe Okay, dann kannst du jetzt weitergehen. Let's go, let's go, let's go. Let's do this shit. Oh, okay, da steht niemand hinter der Tür. Oh, das sieht schon ganz schön dunkel aus. Oh. Oh je. Ich ahne schon, schlimm ist. Tut mir nicht weh. Wir haben nichts getan. Oh. Ist da jemand? Nein. Ey. Okay, also. Wenn man die Horrorspiele selber spielt, dann ist es doch schon ein bisschen intensiver, sag ich mal, als wenn man nur zuguckt. Oh, das ist jetzt mein erstes Jump-Scare-Spiel an sich eigentlich, was ich jetzt überhaupt spiele. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, aber irgendwie... Was haben wir denn hier? Was ist das? Was, Specken? Oh, mein Gott. Oh, Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier. Mann. Ich bin so eine Pussy. Ich bin so eine Pussy. Das war doch nichts. Das war doch nur ein Kühlschrank, der aufgegangen ist. Hallo? Wir können hier nicht lang. Oh. Steht da hinten jemand ein, oder? Okay, hier waren wir doch schon drin. Also hier haben... Oh, Mann. Hör auf. Hau ab. Ich will nicht mit dir spielen. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was... Äh. Geh nach Hause. Geh nach Hause, du Penner. Ich will nichts von dir. Oh, bitte sei nicht dahinter. Bitte nicht. Oh. Der sieht mich nicht, oder? Da leuchtet was. Oh. Gehen wir einfach mal hier lang. Höh. Aber hier sind wir doch gekommen. Mach die Tür auf. Oh, hier waren wir schon. Ist der weg? Oh. Da war der Feuer. Heiliger. Oh. Wo ist er? Oh. Oh, mein Gott. Wir müssen... Ah, ich geh jetzt. Hier geht's. Hier lang. Oh. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Wir haben ihn nicht gesehen. Ich kann es nach... Oh. Nach Hause gehen. Ich wollte mich doch nur umdrehen. Mal gucken, wo du bist. Okay. Okay, hier waren wir. Hier waren wir. Raus, raus, raus. Nicht zurück gucken. Nicht zurück gucken. Nicht zurück gucken. Okay. Er ist nicht hinter uns. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Äh. Oh nein. Oh, bitte nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Hallo? Da hinten läuft er. Ich hab ihn gesehen. Oh. Okay, wir müssen irgendwie vorbei an ihm. Aber wie? Und wie kommen wir eigentlich dort hinten lang? PewDiePie! Hey! Oh. Oh nein. Der ist dort. Wo gehst du hin? Oh, der macht einen Moonwalk. Okay, also wir müssen gerade raus. Ich guck mal nicht hin. Ah, wir haben's geschafft. Okay. Okay. Hier. Was ist das? Haben wir irgendwas übersehen? Hier haben wir doch schon eins rausgeholt. Das weiß ich doch noch. Oh. 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 Ich kann hier nichts finden, irgendwie. Hier. Hier haben wir noch was. Öffne dich. Lengardium Leviosaur. Oder auch nicht. Leviosaur. Falls das Video jemand kennt. Und da ist wieder Dead End. Können wir... Oh. Ich drück mal kurz alle Tasten durch. Nein. Okay, hat nicht funktioniert. Ich dachte, vielleicht können wir die benutzen, um die Türen aufzumachen. Äh, hier. Flackert das Licht irgendwie. Können wir die nicht benutzen? Die vielleicht? Enter? Hm. Okay, dann nicht. Ja, dann... Keine Ahnung. Der läuft dort immer noch. Kann er sein? Da leuchtet auf jeden Fall was. Ich glaub, da gehen wir mal hin. Oh, da... Mann, nicht schon wieder. Hier leuchtet doch irgendwas. Nein. Geh, hau ab. Hau ab. Oh. Was? Was ist mit dir los, Mann? Was ist das Problem? Ähm. Ähm, okay. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Jo. Nö. Nö. Äh. Alter. Was hat der für Probleme? Ach. Was hat der für Probleme, Mann? Oh, Alter. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich guck nur noch, was hier hinter der Tür ist. Hier waren wir eigentlich auch schon. Gehen wir einfach nochmal hier gucken. Und wenn hier nichts ist, wenn hier nichts ist, dann, wenn hier nichts ist, dann nicht das erst mal. Oh, was ist los mit dem? Ich glaub, hier können wir vielleicht weiter. Das sieht mir doch mal was aus, aber ich... Es kommt mir bekannt vor. Oh, also, das ist echt übertrieben. Ähm. Ja. Haben wir die hier irgendwo hinten versteckt noch? Oh. Nein. Na gut. Ähm. Na gut. Ähm. Ich kann einfach dort landen. Okay, vielleicht schaffen wir es noch auf die andere Seite. Wenn nicht, dann, glaube ich, endet das nicht so gut. Oh, die Welt wird schon schräg. Okay, dann gehen wir mal. Äh. Ja, wo gehen wir denn hin? Wir haben dann eine Art. Oh. Heilige. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.